Es hat ausversehen den Streamer gebrochen, jetzt starten wir die Aufnahme. Ein Ton vorneweg. Dieses Spiel, Meeple Station, habe ich den Code vom Entwickler bekommen, mit, ja, ich würde mal sagen, er hat sich sogar ein bisschen mit mir beschäftigt, ja, ne, ähnliche Spiele in dem Dreh und vielleicht gefällt es mir. Und ich möchte es mal anschauen mit euch zusammen, das ist die Pre-Alpha-Version, da oben steht es. Das ist die Pre-Alpha-Version, dieses Spiel kommt am 21.02.2019 wird es veröffentlicht. Ähm, das Spiel ist im 2D, äh, Art Pixel-Stil, kann man schon sagen. Ein bisschen, ja, es macht auf jeden Fall, denke ich schon Spaß, also mir macht es Spaß. Ich habe schon mal so 10 Minuten angezockt, um es anzugucken, ob es denn was ist. Ähm, weil ich, weiß nicht, die Pre-Alpha ist. Es ist, äh, ich habe den vollen Code für das Spiel, wir können es auch in Zukunft mal streamen. Und, ähm, ich habe das Tutorial mal kurz ein bisschen gespielt, weil ich nicht den Fingerplayer selbst wegnehmen wollte. Für mich zum Stoylern. Ähm, daher würde ich sagen, legen wir los. Fackeln gar nicht lange rum. Und hey, Stilly, gucken uns dieses Spiel mal an. Wie gesagt, am 21.02. Nächstes Jahr, 2019, wird es veröffentlicht. Nein, es gibt gar nichts mehr. Wir, äh, starten einfach mal, würde ich sagen, äh, so instant mal ein New Game. Classic. Classic. Peaceful mit Katze. Hi. Was geht? Ähm, wir machen mal ein Middle. Oder Middle. Weil, wie gesagt, ich habe nur das Tutorial gespielt und dann, äh, ist irgendwie, ich weiß nicht, meine Raumstation explodiert. Also, ich habe selbst das Tutorial verkackt. Hallo, you can save Blueprints. Okay. Äh, Solar Panels. Okay. Bild? Was ist denn Launch? Keine Ahnung. Ich, äh, im Tutorial hatte ich schon was. Ich weiß auf jeden Fall, wie es geht. Wir brauchen ein Leiter-Segment. Ich weiß... Ah. Was? Wir brauchen ein Leiter-Segment und ich würde... Ach, ah, ich kann mir meine Station vorerst erstmal aufbauen und die dann später launchen. Okay. Ja gut. Das ist, das ist ja eigentlich ganz toll. Wenn ich die schon mal vorerst ein bisschen aufbauen kann, dann nutze ich das doch auch gleich. Ich muss aber... Ich habe begrenzt Rohstoff, also muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gleich alles rausklatsche. Boom. Numero uno. Der Station. So, ähm... Wir können, äh, wir können, äh, Hired Meeple. Ich weiß nicht, wie ich Meeple heirate. Okay. Launch. Okay, 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 okay. Wir brauchen Solar Panels natürlich auch. Hier Rigging. Da würde ich jetzt einfach mal in die Richtung hier so stark. Rigging machen. Und da Solarzellen, die brauchen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall noch. Und die müssen immer alle so ein bisschen connected sein. Ich mache da jetzt ein paar Solarzellen. Jetzt haben wir schon nicht mehr genug Rohstoffe. Okay, ich mache nicht so viele Solarzellen. Hoffentlich habe ich nicht gleich am Anfang verkackt. So, wir können, ja, äh, Solar Panels, Power Cells. Also, für mich ist das jetzt nicht hier mal der, äh, der Keller, Power Cells. Also, ich würde jetzt einfach mal eins nach unten gehen. Und hier an die Leiterrand connecten. Hey, stopp, das wollte ich nicht. Warte, kann ich noch eins runter gehen? Ja, aber das wird nicht, wird es, wird nicht dunkler. Okay, dann bauen wir weiter hier an der Station nach unten. Weiter auf, würde ich sagen. Ja, wir können da noch ein bisschen aufbauen. Und klicken geht noch. Wir brauchen jetzt aber auch, äh, Live Support. Also, Dish Tank oder sowas brauchen eine Power Cell. Hard Container, Small Container, Strict, Power Cell. Setze ich jetzt da hin. Und direkt nebendran, ein Live Support. 0 kW, weil kein Tag. Da, äh, dann muss ich hier einfach ein Kabel. So, mein Tag, Kabel. Hat der hier, hat die Power Cell jetzt auch keinen Strom? Ne, die hat, oh man. Ich verkack's ja sogar schon am Anfang. Ah, scheiße. Ich, ich hätte das Rig, glaube ich, hier unten, oder? Okay, wir, wir standen. Yes. Oh, ich bin ganz raus. Ups. Es ist von Vox Games. Nur mal so. Warum seht ihr denn jetzt nicht? Jetzt aber. Single Player. New Game. Classic. Middle. Ich hab's gleich am Anfang verkackt. Moment. Ich hab's ja gleich am Anfang verkackt. Okay, ich geh jetzt erstmal ein paar Dinger nach unten. Wenn das Spiel jetzt, zu ist, könnte man auch Faktorie starten. Nein. Nope. Kein Faktorie mehr. Momentan auch keine Lust auf. Okay, jetzt, glaube ich, hab ich Steely gerade geschockt. Ähm. Ich muss wirklich erstmal gucken, wie das Spiel so geht. Nein. Verkackt. Ähm. und zwar es ist so ein Rigging. Muss ich das direkt an eine Powerzelle ranhauen? Weil hier innen? Warte mal. Ich hab keine Ahnung. Power Cell. Wenn ich da jetzt ein Kontoid dahin lege, verbindet es darüber. Okay, okay, okay. Ich muss also das Rigging direkt daranhauen. Dann brauchen wir Live Support. Warum kein Faktorie? Ich hab's in letzter Zeit ein bisschen sehr viel gespielt. Deswegen hab ich momentan nicht so wirklich Lust drauf. Ein paar Solarzellen. Jetzt kriegen wir schon mal, ähm, ähm, in letzter, ich hab bestimmt 200 Stunden in letzter Zeit wieder her. Ähm, zack. Jetzt haben wir hier unten schon mal Sauerstoff und alles. Und jetzt sagen wir bauen mal kurz ein bisschen kleiner auf. Weil es gibt auch Rohstoffe, die man hier außen und wir bauen jetzt erstmal hier ein bisschen auf. Wir brauchen einen Fischtank. Weil der Fischtank ist Nahrung. So. Fischtank ist Nahrung. Also, weiter kenn ich's noch nicht. Äh, man kann auch forschen. Fischtank. Ähm, aber das ist jetzt gerade nicht was ich möchte. Ich möchte vielleicht hier so ein Ticken mehr noch. Ähm, und hier einen Tisch. Hey, Tisch. Hier einen Tisch. Und dann Stühle dazu. So. Okay, wir können einstülen. Was brauchen wir denn für ein Bett? Für ein Bett könnten wir auch noch. Okay. Aber das ist gerade mal nicht so wichtig. Das Wichtigste haben wir verkackt. Wir haben schon wieder verkackt. Oh, ich mo- Oh, Mann! Haha! Aber wir brauchen noch ein Suit-Rack. Und ein R-Lock. Damit man raus kann. Och, Mann! Hahaha! Das gibt's doch nicht! Okay. New Game. Classic. Milk. Bei dem Tutorial hast du das alles schon. Den Chat in ein Video einzubinden. Ja, hab ich mir schon mal überlegt. Aber meistens stelle ich nichts, weil ich hab nicht so viele Zuschauer, die so viel schreiben. Außer du. So, ich, 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 das, ich verkack hier dauernd. Das gibt's doch nicht. So. Metallplatten haben wir gerade gemerkt, haben wir relativ viele. So. Powercell. Live-Modul. Das sieht man, wenn einer streift. Ja. Streams, man sieht es ja auch so. Hey, danke für den Follow. Ich hab wieder verkackt. Das gibt's doch nicht. weil ich hab, wie gesagt, ich hab erstmal das Tutorial bis jetzt nur gespielt. Den Rest hatte ich mir noch gar nicht angeguckt. Geben wir eine Etage nach oben. War noch die, diese Etage erstmal eine Leiter drauf. So. Ich geb nicht auf. nicht in diesem. Dann baue ich das hier jetzt voll. Ich baue jetzt mal einen Ticken kleiner. Scheiß auf Tisch. Scheiß auf den Tisch. Brauch mal. Äh, ist grad alt. Was ist? Wolkert. Ähm. Fishtank. Fishtank liefert Nahrung. Fishtank wichtig. So, jetzt hab ich einfach mal hier so, zack, zack. Brauchen wir hier. Ach, das war eine normale Tür, Ne, Airlock muss ich hier machen. Ja. Airlock hier. Und ein Airlock. Hier? Hey, Stopp, nein! Und wenn ich da einen Airlock mache, dann mache ich da einen Airlock dahin. Da einen Airlock. Ich weiß jetzt nicht, ob die passt. NewTrack. Genau, das müsste jetzt alles sein, weil dann kann man damit nicht jetzt nach außen raus. Also Gesetz von Faktorio, ja. Nettes Spiel ist, ich kann's gerne nochmal sagen, das kommt am 21.02. erst raus. Das ist so ähnlich, wie du baust eine Station auf. Aber ich hab nur das Tartorik gespielt, das heißt, die Station war schon gegeben. Und du hast hier sehr begrenzte Rohstoffe, um erstmal die Station aufzubauen, so wie es ausschaut. So, Suit Rack. Ich hab... Das ist doch die Tür, die ich da hinhaben wollte, oder? Da ist die. Da muss ich die so bauen. Lass mich sagen, ich hab hier Rohstoff. Ja. Das ist die Tür, die ich da hinhaben möchte. Da müsste ich da länger bauen. Ja, ich krieg die Rohstoffe wieder, das ist gut. Da muss ich da eins länger bauen. Hier. Dann mach ich hier meine Türen, die ich da hinhaben möchte. Ich denk, das ist die. Ich hoffe, das ist die, nicht das dann gleich. die Station, das ist der gesaugt wird. Warum kann ich denn jetzt? Hier. Airlock. Und einen Suit Rack. Hier hin. Und dann haben wir den Weg nach außen. Was brauch ich noch? Also wir haben den Fischtank, also Nahrung. Wir haben die Power Cell, wir haben den Life Support, also Ding. Hire a Meeple. also ich muss einen mir erst mal holen. Ah. Ah. Das hat den Türen auch nicht gesagt. Ich glaube, das war aber auch so mit Airlock, oder? Okay, konnte ich den Airlock umstellen. Das geht nicht. Baumodus. Jetzt habe ich wirklich meine The First Tutorial. Das habe ich nicht mit dem Tutorial. Ich habe das Tutorial gemacht, da hatte ich schon meine Basis. Hier ist Sauerstoff, hier ist Sauerstoff. Ach genau, das ist ein eigener Raum. Hier ist Sauerstoff. Das ist das Bug-Ding. Cool, hier kann ich... Cool. Ach, cool. Okay. Das ist Research. Ach hier, ah, über Research. Hired Maple. Ja, normalen Maple, oder? Einen? Ich denke, normalen. Wie viel Geld habe ich? Ich habe noch 900. Hier wäre noch so ein Bauarbeiter. Ich weiß nicht, wer der ist. Den holen wir uns aber auch mal. Der hat mir noch genau 700. Weiß nicht. Holen wir. Holen wir. Vielleicht den hier noch? Dann hätten wir die ersten drei, weil der ist nur Putz drauf. Okay. Die Gun. Ich habe die geheirat. Also die an... Launch. Das sind feindliche Situationen. Das wissen nicht. Oben. Okay, das wird scrollen. Das sind blöde Ressourcen nicht. Und hier... Ach, ich kann hier irgendwo hin jumpen. Ja, dann jump ich dahin. Jump. Boom. Ich hoffe, wir sind jetzt auch Trading Stars. Okay. Hier, das ist jetzt unsere Station. Ich kann hier außen, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, hier sind Rohstoffe. Die kann man abbauen. Ich bin ganz gut gesprungen. Da sind verschiedene Rohstoffe. Und allem dran. Da ist das Ding. Okay. Das ist jetzt unsere kleine, feine Raumstation, die erst so losgegangen ist. So, wir haben Edsat auch nur bedingt Rohstoffe. Wir brauchen auf jeden Fall Refinery. Können wir nicht machen. Bei Refinery stellst du nicht Rohstoffe her. Habe ich schon wieder verkackt? Das kann doch nicht sein. Was ist das Map? Ja, hier. Ich kann... Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich kann springen, okay. Ah, ich kann die Station verlegen. Aha, die Station kann sich bewegen. Okay, das ist auch interessant. Fragen aller Fragen ist jetzt... Jetzt habe ich das alles nicht. Könnte... Höchstens... sagen, ich baue jetzt hier noch mal was hin. Dann haben wir ja noch ein bisschen was. Dann müssen wir das mal kurz warten, bis es gebaut ist. Und dann hier den R-Log machen, damit wir handeln können. Wie sah denn eigentlich unser Sauerstoff aus? Ja, der ist nicht in Ordnung. Ich wusste nicht, dass es auch Piraten gibt. Zum Beispiel. So, jetzt bauen wir... Ja. So ein Herr. Und hier einen R-Log. Zack. Auf T war das, glaube ich, einstellen. Das R... Den R-Log auf... Äh... Geht mein Bauerstoff da drunter? Na klar, weil ich gerade ausbaue. Aber da geht ja schon wieder. Oder? Ja. Ja. No place to sit and eat, aber wir können dabei essen. So, und auf T kann ich den doch jetzt einstellen. T? Ja. Dass da Schiffe rankommen. So, wir könnten... Wir haben 500 Lager gehabt. Da ist auch ein bisschen was. Da ist immer ein bisschen was. Ich weiß nicht, was ich da reißen. Wenn man da bekommt. Das weiß ich nicht. Ich hab da wirklich nochmal kurz angerichtet. Ähm... Ich will mir ja selbst nicht so viel vorwegnehmen. Okay. Hm... Fisch rank food. Schaut gut aus. Wir könnten das machen. Hm... Das müssten wir erstmal erhandeln, ne? Kommen da jetzt Schiffe? Da müssten doch jetzt eigentlich Schiffe kommen. Ich muss nochmal auf die Map gehen. Ja, ich lieg nämlich in so nem Handelsseck. Ah, nein. Ich lieg in so nem Handelsseck. Da müssten jetzt eigentlich so nach und nach mal ein paar Schiffchen kommen. Da ist schon das erste. Hi. Hey, du. Ich muss mal kurz gucken, was ich brauch. Von den grünen brauch ich 10 und von den silbernen Stiften brauch ich... Hi. Trade. Ja, okay. Hier kann man auch Leute anhaben. Äh, 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 äh. Anhaben. Also von denen... Brauch ich 10. Da hab ich ja schon fast kein Geld mehr. Davon... Ach, ne, 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 ne. Davon brauch ich 10. Davon brauch ich mehr. Davon brauch ich 50. Äh, ich muss noch ein bisschen zusammenkriegen. Äh, ja, 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 ja. Und ich kriege das zusammen mit dem, was ich grad hab. Weil dann kann ich nämlich schon noch selbst Ressourcen herstellen. Okay. Jetzt hab ich gehandelt, ne? Dass es kein Okay gibt. Genau. Wunderbar. Jetzt kann ich nämlich die Refinery bauen. Die baue ich daher. Und dann können wir nämlich... Ich weiß jetzt, wie aus dem R-Log da rauskommen. Top-Bestund. Trade. Trade. Und hier rausgehen und mal ein bisschen... Rohstoffe abbauen. Ich muss es aber erstmal markieren. Also ich weiß gar nicht, was ich drauf. Eisen ist ja gar kein... Seh ich grad so. Ich glaub ich brauch alles. Erhandeln. So. Baut mal hier ein bisschen ab. Baut mal... Bisschen höher. Ist nicht, Digga. Hier ein bisschen ab. Und da mal ein bisschen. Baut hier mal ein bisschen. Einfach mal ein bisschen abbauen. Die gehen jetzt raus und bauen es ab. Das, was grün ist, wird grad abgebaut. Hier sieht man das Inventar nochmal. Was wir auf Lager haben. Was wir, äh... Create Ticket, was wir herstellen können. Gerade. Das wird jetzt abgebaut. Kriege ich das jetzt dann ins Inventar? Das ist jetzt mal die Frage, die ich mir grad so stelle. Ich baue ja da hinten jetzt ein Solarfeld ab. Bekomm ich das? Oder bekomm... Ich bekomm die Rohstoffe aus dem Solarfeld. Okay. Äh... Ach, der hat... Ah, guck mal. Das hat auch keinen Strom. Wir brauchen Metallplatten. Wir haben kein Metall da, gell? Stilium. Was brauchen wir dafür? Ah, das braucht Strom. Ah, da. Hier wär Stilium. Okay, das ist gut. Brauchen wir ein bisschen was. Hall, okay. Dann baut hier mal bitte den... Höher. Das ist niedriger. Viel Höher. Viel Höher. Baut mal hier ein bisschen ab. Da kommt schon das nächste Schiff zu uns. Ich glaube, ich kann das jetzt ausmachen. Da kommt schon das nächste Schiffchen. No place to sleep and eat. Ja, das... Müssen wir auch noch machen. Warum kann ich nicht mit dir traden? Warum kann ich nicht mit dir traden? Okay. Ist das vielleicht ein bisschen angewendig? Weil die so nah aneinander sind? Dann wär's so. Hab ich gesehen. Ach, ich bin noch eins hoch. Hier. Dauerstoff geht nicht gut. Hättest du Metallplatten? Ich hab jetzt... Ach, ich hab keine Metallplatten. Warte mal, dann kann ich doch da unten? Hättest du da Strom hingeben? Oh nein! Stopp! So war das nicht geplant. Ich hab mich verklickt. Nicht, jetzt wollen wir nicht abbrechen, ja? Okay, wir müssen einfach mal kurz warten. Ich stell die Zeit mal einfach mal ein Blick hoch. Nicht? Hört komisch aus. Ja, wir lassen das ganz einfach. So, die gehen jetzt alle erstmal raus und tun erstmal das alles, was ich denen gesagt hab, zum abbauen. Da hast du halt anfangs von. Leute. Hab ich da ernsthaft schon alles? Geerntet. Okay, man muss auf jeden Fall später die Station bewegen. Drop Task, Fundfind Path. Okay, ja, kein Thema. Great. Ich hab sehr viel von dem jetzt hier schon. Muss auch ein bisschen aufpassen, weil man nur eine gewisse Lagerkapazität hat. Aber ich brauch eigentlich Metall. Jetzt erbaut er das, dann kann ich das danach hoffentlich wieder abreißen. Weil das Ding auch nicht rum. Ja, und das war das, was jetzt der Kacke ist. Hat er es nicht da... Da reiß das mal bitte wieder ab. Das war nicht gar nicht so geplant. Hab ich mich verklickt? Wir haben... Haben wir mit... Nein. Null. Was? Da ist einer... Jumped out aus... Airlock? Was? Was? Jumped out of... Airlock? Was? Warum sind die rausgesprungen? Die haben Selbstmord begangen. Meine Leute haben ihr Selbstmord begangen. Hä? New Game. Classic. Build. Was? Warum haben die Selbstmord begangen? Und meine Katze hat wieder den Kacke gestellt. Warum haben die Selbstmord begangen? Hä? Kann mir das mal erklären, warum meine Leute gerade Selbstmord begangen haben? Hä? Oder war das... Weil ich das da unten umgebaut habe, aus Versehen, dass sie rausgesaugt worden sind? Kann das sein? Es wäre dann doof. So, äh... Power Cell. Power Cell. Ähm... Dann würde ich... Live Support. Refinery kann ich von Anfang an nicht bauen. Okay. 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 Die sind raus... Hä? War das, weil ich mich da verbaut habe? Oder... Warum haben die Selbstmord begangen? Wieder verklickt. Warum haben die Selbstmord begangen? Verstehe ich jetzt so... 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 Überhaupt null. Aber sie haben Selbstmord begangen. Anscheinend. Okay. Okay. Wenn die Leute... Okay, ich verstehe jetzt gerade wirklich nicht, warum die Selbstmord begangen haben. Baue ich mal das da drüben hin. Den Airlock zum Handeln. Klop. Klop. Die machen wir. Ich bin nirgends schlafen. Ich bin nirgends schlafen. Bis vorne. Ich weiß, dass ich keine Betten habe. Ich verstehe jetzt gerade null. Um... Um... Untertitelung des ZDF, 2020